Was machst du für'n Theater um jeden neuen Tag? Wenn du Mittwoch überlebst, dann ist Donnerstag. Und wenn du das Gefühl hast, du bist tot, wovon du stirbst, wäre Zeit, dass du endlich mal lebendig wirst. Mensch, Mäuschen, ist dir nicht klar, dass das Leben am Ende immer schon tödlich war. Du zitterst total für Schiss, weil er merkt, dass du auch nur ein Mäuschen bist. Und sie gehen ab, Konter, über die linke Seite, in die Mitte. Jetzt die Oberhausen, im Schelker Strafraum. Schöner Hackendrick, freigespielt in die Mitte. Der Mittelstürmer kommt allein auf der Stärkung. Schöner Hackendrick, freigespielt in die Mitte. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, 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 das war's. Geschafft. Weiß Gott, es ist Zeit, Abschied zu nehmen.